Hallo! Um Studienleistungen und Studienabschlüsse national und international vergleichbar zu machen, werden in jedem Studiengang Leistungspunkte vergeben. Diese Leistungspunkte stehen für den Arbeitsaufwand, den man in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul erbringen muss. Dabei gilt die Faustregel, ein Leistungspunkt steht für 25 bis 30 Arbeitsstunden. Werden zum Beispiel für eine Lehrveranstaltung sechs Leistungspunkte vergeben, sind 150 bis 180 Stunden für diese Lehrveranstaltung aufzuwenden. Für ein Bachelorstudium über sechs Semester sind in der Regel 180 Leistungspunkte vorgesehen. Das sind mindestens 4.500 Stunden verteilt auf drei Jahre, also circa 200 Tage mit acht Stunden Arbeit pro Tag. Man muss also schon viel Zeit investieren, um die Lehrveranstaltungen zu besuchen und sie ordentlich vor- und nachzubereiten. Und Prüfungen gibt es ja auch noch. Das alles klingt nach sehr viel Arbeit. Und das ist es auch. Ein erfolgreiches Studium ist eben auch kein Urlaub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017